Aber zum Frühsterben ist jetzt schon ein bisschen spät für dich, oder? Ich schimpfe auch immer, ich verurteile das auch. Ich lasse dafür auch Freundschaften zerbrechen. Ihr seid das größte, asozialste Pack. Es tut mir so leid. Es gibt anscheinend nichts Schlimmeres in unserer Gesellschaft als eine selbstbestimmte Frau. Also ich packe jetzt hier wirklich aus. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, in meinem Schlafzimmer ist eine Energie von einem kleinen Jungen. Und der ist ganz platt. Ich glaube, der wurde überfahren. Der ist von der Seite nämlich ganz, ganz flach. Und ich glaube, dass da jemand mit dem Auto drüber gerollt ist. Genauso wie der Mann mit dem Zylinder. Ach, die Technik, die Technik. Jetzt bist du da auf meinen Ohren. Ja, ich sehe so ein bisschen zerlümmelt aus. Wie geht es dir? Mir geht es richtig gut. Und ich mag das ja, wenn du so ein bisschen durcheinander aussiehst, deiner Beschreibung nach. Ich finde, das steht dir ja richtig gut. Das ist ja auch authentisch. Ich kann ja nicht immer hier aufgedrackt und super perfekt aussehen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, auch auf Social Media, mich so zu zeigen, wie ich auch wirklich aussehe. Ja, das tun wir beide. Das ist mir. Das ist unser Trailer. Nee, ist nicht dein Ernst. Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir an Teufels Küche. Teufels Küche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tarkas. Auch jetzt in der zehnten Folge killt mich das immer noch, dieses Lachen. Ich muss dich mal was fragen. Oh oh. Habe ich noch nie jemanden gefragt. Also, das hier sind ja meine Earpods. Und sind deine Earpods auch immer so dreckig mit Ohrenschmodder oder bin ich die Einzige, die fast jeden Tag mit so einem Feuchttuch die sauber machen muss? Ich habe das nicht tatsächlich. Ich habe da letztens drüber nachgedacht, weil mir auf TikTok immer eine Werbung angezeigt wird. Mit so einem Stäbchen? Genau, aber das brauche ich nicht. Ich habe immer schon viel Ohrenschmalz gehabt. Immer schon. Ich muss auch so alle zwei Jahre gehe ich zum HNO und lasse meine Ohren dort sauber machen. Und danach höre ich wieder alles. Ja, das kommt wirklich raus wie so ein Smaragd, wie so ein Stein. Das ist ja dann schon so fest. Vor allen Dingen ist da so viel Make-up, Bronze und Glitter mit dabei. Man könnte sich da wirklich so eine Brosche draus machen lassen. Boah, ich stelle dir mal vor, eine neue Business-Idee. Aber ich sage dir das jetzt, ich sage das hier in aller Öffentlichkeit, meine Earpods sind jedes Mal so dreckig, dass wenn ich die raushole, mir ist das gestern im Flugzeug wieder aufgefallen, vorgestern, dann hole ich die raus und ich tue die so in die Hülle, in die Statulle, dass das niemand sieht, weil ich mich so schäme. Ich muss die jeden Tag sauber machen. So viel Ohrenschmalz habe ich da. Ach, wie süß bist du. Nee, das Problem habe ich zum Glück nicht. Ich benutze aber auch Wattestäbchen, obwohl dir jeder Ohrenarzt sagt, dass du das auf jeden Fall machen darfst. Aber ich mache das trotzdem konsequent. Ich auch. Ich mache das mit einem Waschlappen und mit einem Wattestäbchen. Aber im Gegensatz zu früher haue ich mir das Wattestäbchen jetzt nicht mehr so in den Gehörgang rein, sondern ich gucke, dass das so draußen alles sauber ist. Nee, ich brauche das, bis es hier an den Hyperthalamus, bis ins Gehirn, bis es zur Nase wieder vorne rauskommt. Also ja, oh mein Gott, kennst du, es gibt ja so eine Künstler, so eine Artisten aus dem Zirkus und die auf Bühnen auftreten, die sich so eine Schlange durch die Nase einführen und die kommen dann durch den Mund wieder raus. Das ist ja so abartig. Da muss ich jedes Mal dran denken. Ich habe jetzt eben erst wieder irgendwie einen TikTok gesehen. Das ist wieder mal ans Licht gekommen, wie Küken oder Putenküken irgendwie den Schnabel gekürzt bekommen mit Maschinen und so. Das ist alles so krank. Also wirklich. Also ich esse ja auch Fleisch, aber mittlerweile ist mein schlechtes Gewissen dafür so unter der Dachrinne, dass, also das dauert nicht mehr lang, dass ich dem Ganzen auch den Rücken kehre. Ja, warum denn immer noch nicht? Warum hast du es noch nicht geschafft? Also man muss dazu sagen, dass in den letzten drei Jahren mein tierischer Produktkonsum extrem eingefallen ist. Zum Beispiel habe ich immer gesagt, ich könnte niemals einen Kaffee mit Hafermilch trinken. Ich trinke seitdem, seit einem Jahr nur noch Kaffee mit Hafermilch. Selbst bei Starbucks, selbst draußen. Ich kaufe keine Kuhmilch mehr. Ich muss dazu sagen, bei Gebäck oder so schmeckt es mir einfach nicht mit Hafermilch. Da brauche ich noch die normale Kuhmilch. Und was Fleisch betrifft, also das ist so eingefallen, lass mich vielleicht dreimal im Monat Fleisch essen. Ja, ist dreimal im Monat immer noch zu viel. Aber wenn wir mal bedenken, wenn die Menschen noch weiter ihren Fleischkonsum reduzieren würden, und das ist ja in den letzten Jahren auch wirklich stark passiert, was damit die Welt besser werden könnte. Aber es gibt ja Leute, die fressen wirklich schon zum Frühstück ihre ersten fünf Scheiben Fleischwurst und zum Mittagessen noch ein Käse-Schinken-Sandwich und zum Abendessen des Wiener Schnitzel. Das ist undeil einfach. Du, es gibt auch Leute, die verkaufen immer noch Kochbücher mit Fleischgerichten. Aber es gibt auch Leute, die schreiben Kochbücher, wo die Hälfte vegetarisch und vegan ist und wo zu jedem Fleischgericht eine vegetarische Alternative drinsteht. Finde ich lobenswert. Kannst du mir eingefallen tun, kannst du das Mikro in deine Mundrichtung richten, weil es schaut jetzt in den Raum rein, aber es soll, genau, es soll einfach mehr, weil es ist so ein Richtmikrofon und da, wo du hinsprichst, da musst du das hinzeigen. Dann hört man dich viel schöner noch. So ist besser? Großartig. Alright. Großartig. Du, ich habe super viel mitgebracht. Ich habe so eine lange Notizen-App vollgeschrieben. Und ich würde dich erst mal gerne fragen, wie deine Woche war. Ich hatte eine ganz tolle Zeit in London, eine ganz besondere Zeit. Ich habe ja dort in einer WG gewohnt. Eine Followerin von mir hat mir das ja schon vor ewigen Zeiten angeboten. Und eines ihrer Mitbewohner, der deutsche Patrick, der war halt nicht da und ich durfte sein Zimmer haben. Und das war total süß. Mit eigenem Bart. Sah das auch wie ein Patrick-Zimmer? Ich stelle mir das so richtig vor. Ein Patrick-Zimmer, hat Fußballposter an der Wand, eine Gitarre, hat ein Fahrrad an die Wand geklemmt, so ein Rennrad, das nicht geklaut werden darf. Das ist ein Patrick-Zimmer. Nee, tatsächlich war das Zimmer komplett leer geräumt. Also ich hatte wirklich einen leeren Kleiderschrank, ein plaines Bett, nichts hing an der Wand, einen leeren Schreibtisch. Also die haben da alles beiseite gepackt. Damit ich mich da entfalten kann, wäre gar nicht nötig gewesen. Ich fand das total lieb. Patrick wollte auch kein Geld dafür haben. Deswegen konnte ich umsonst quasi in Zone 1 in London die vier, fünf Tage leben. Dafür bin ich schon mal total dankbar. Und ich habe dort sehr, sehr viele liebe Menschen kennengelernt, die alle vor ein paar Jahren Deutschland den Rücken gekehrt haben, die sich in London entfalten. Ganz tolle, besondere Menschen. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich diese Zeit erleben durfte. Wir hatten zum Beispiel einen Nachmittag. Da saßen wir im Park auf einer Picknickdecke. Jeder hat irgendwie was zu essen und zu trinken mitgebracht. Und das war so ein schöner, besonderer Moment, der unbezahlbar ist. Das war, also die letzten Tage in London waren wirklich geil. Allerdings, ich war halt auch die ganze Zeit unter Menschen. Und ich muss sagen, dass ich gestern an dem Tag, wo ich zurück war, echt den ganzen Tag gepennt habe. Ich habe mal wieder gemerkt, dass ich zwischendurch richtig viel Zeit mit mir alleine brauche. Nicht, dass ich mir die nicht hätte nehmen können. Aber ich dachte, wenn ich schon mal in so einer tollen Gesellschaft bin und mit einer Gruppe was erleben kann, dann nehme ich das auch mit. Aber, ja, das hat mir, das habe ich gestern aufgeholt. Ich war den ganzen Tag zu Hause. Ich habe viel geschlafen, Wäsche gemacht und so. Hatte mal wieder eine unvergessliche Zeit in London. Ja, ich bin ganz dankbar. Wie hast du dich kennengelernt? Denn ich glaube, ganz viele haben so ein bisschen Angst vor, alleine in Urlaub fahren. Und du machst das ja jetzt auch hin und wieder mal. Aber wie lernt man denn da Leute kennen? Also ich bin auch so eine schüchterne Maus. Man möchte es nicht glauben. Ja, ich muss mich vielleicht korrigieren. Das Mädel, die ich kennengelernt habe, die ist Followerin von mir und war bei meinen Shows. Und bei einem Meet & Greet hat sie mir Geschenke aus London mitgebracht und hat gesagt, du, ich lebe in London. Und so ist so der erste Kontakt entstanden. Und irgendwann hatte ich gepostet, dass ich mal wieder Lust auf London hätte. Und dann hat sie mir geschrieben, du, wir haben hier noch ein Zimmer, was leer steht zwischendurch. Du kannst das gerne haben. Und da habe ich mich einfach drauf eingelassen. Und hätte ich vor zwei Jahren nie getan. Und mittlerweile lasse ich mich auf sowas ganz gerne ein, weil ich sowas ja auch als Geschenk ansehen kann. Dennoch, seid bitte vorsichtig. Man muss auch immer aufpassen, zu fremden Leuten zu fahren. Ich habe das nur unter dem Aspekt gemacht, dass ich die finanzielle Möglichkeit gehabt hätte, mir noch schnell ein Hotelzimmer zu nehmen oder gar abzureisen oder so. Aber ja, das war ganz toll. Und ansonsten, auch wenn ich allein in London bin oder im Urlaub, ich lerne relativ schnell Leute kennen. Aber ich zwinge mich da auch zu. Und manchmal sind das Kleinigkeiten. Man kann auf Leute zugehen. Man kann so diese Sachen wie Speed-Dating machen. Man kann irgendwie sich bei Facebook-Gruppen an Facebook-Gruppen anschließen und so. Also es gibt schon Methoden, aber das erfordert Disziplin. Das ist so. Wie warst du denn dieses Mal dein Speed-Dating? Das ist ja immer das heißeste Thema aus dem letzten London-Trip. Speed-Dating, wie war es diesmal? Wir waren am Freitagabend auf einer Single-Party, die auch vom gleichen Single-Dating-Veranstalter veranstaltet wurde. So eine Rooftop-Party fand ich ziemlich lame, weil das einzige Erkennungsmerkmal war, dass du einen rot-weißen Strohhalm bekommen hast, um die Singles zu erkennen. Ja, das ist zwar ganz nett. Du kommst dann auch ins Gespräch. Aber ich war an dem Freitag erstmal so ein bisschen mit den Mädels beschäftigt. Und am Samstag beim Speed-Dating, wir waren ja dann zu sechs oder zu siebt sogar da. Fast alles deutsche Mädchen. Also die Typen, die da waren beim Speed-Dating. Es war auch mal wieder unverhältnismäßig viele Männer im Gegensatz zu den Frauen, was ich ja gut finde. Die haben irgendwann gedacht, sie machen Urlaub in Deutschland, weil jedes von den Single-Weibern dort deutsch war. The German Accent was very strong in this group. Nee, nee, das merkst du bei denen nicht. Die sind ja schon so viele Jahre in Landen. Ich habe kein Match-Up gegeben dieses Mal. Mir hat gar keiner gefallen. Ich muss sagen, ich fand die von der Qualität her weitaus schlechter als beim letzten Mal. Aber es hat trotzdem richtig Bock gemacht. Und ich war sehr gespannt, was die Mädels sagen. Das war ja auch das erste Mal für die Mädels. Und jeder der Mädels dort hat gesagt, wir würden das sofort wieder machen. Das war eine Hammer-Erfahrung. Und es ist nie Stille entstanden. Niemand fand es beschissen. Also ich kann diesen schlechten Reviews, was Speed-Dating betrifft, einfach nicht recht geben. Ich finde das jedes Mal eine tolle Erfahrung. Ich glaube, es ist auch immer das, was du draus machst, was deine Erwartungshaltung dran ist. Ich glaube, es ist Quatsch, in so ein Speed-Dating reinzugehen oder allgemein in eine Dating-Situation, auch im echten Leben, im Alltag oder auf einem Tinder-Date, wie auch immer, mit der Erwartung, das muss er jetzt werden. Es ist so viel schöner und viel schlauer, wenn du an so einen Abend rangehst mit, schau mal mal, was wird, was wird. Ja, total. Einfach Spaß haben und keine Erwartungen haben. Und ich glaube, dann kannst du nur positiv überrascht werden. Und wenn es dann nichts war, dann ist das okay. Ja, aber ich glaube, dass das auch, oder ich merke, dass so eine deutsche Mentalität ist, dieses, ich muss jetzt den richtigen treffen, das muss jetzt mein Traumpartner sein. Ich weiß nicht, wie du das von den Leuten aus Amerika empfindest, aber die Mädels in London zum Beispiel, also London ist jetzt vielleicht auch nicht das Maß aller Dinge, weil es nun mal eine Single-Stadt ist, so ähnlich wie Berlin. Du ziehst jetzt nicht nach London, um da Familie zu gründen. Die meisten, die Partner haben oder schwanger werden, ziehen aus London weg. Aber hier zum Beispiel empfinde ich die Frauen in meinem Alter sehr verkrampft, sehr verbissen und auch extrem frustriert, was die Partnersuche betrifft. Ich will dem Ganzen jetzt kein Recht oder Unrecht tun. Und die Mädels in London, die sind da einfach viel entspannter, weil die sich einfach so dem Vibe auch hingeben. Single sein muss ja kein Zustand sein. Das kann ja auch ein toller Vibe sein, der sehr, sehr lange im Leben Bestand hat. Und da sind wir Deutschen echt ziemlich, ich brauche jetzt einen Mann, ich brauche jetzt Kinder, ich muss jetzt ein Haus kaufen und einen Campingwagen. Nervt mich, nervt mich ungemein. Da habe ich auch gleich noch eine Geschichte zu erzählen von einer Single-Frau in den 40ern, die ich kennengelernt habe, denn ich war diese Woche ganz viel auf Events unterwegs. Hab ich gesehen. Es fängt wieder an, die Eventsaison ist gestartet, passend mit dem schönen Sommerwetter. Aber ich sage dir, das Wetter, das kotzt mich jetzt schon an. Ich liebe ja das Wetter da draußen, aber was mich nervt ist, ich lebe hier unterm Dach im sechsten Stock und wir haben sowohl im Süden als auch im Norden eine ganz große Glasfront. Also die komplette Wand, das sind 20 oder 30 Meter, ist komplett Glas. Und da knallt halt die Sonne rein und es ist mega warm. Und mich stört das nicht. Ich liebe das. Ich liebe Wärme, es kann auch 36 Grad haben. Ich habe da gar kein Problem mit. Aber mein Freund, sobald es die 23-Grad-Marke knackt, da holt der die Klimaanlage raus und ich hole mir den Tod. Ich sage es dir, ich bin am Ausrasten. Du hast letzte Woche oder vorletzte Woche davon erzählt, was man denn für Sachen beim ersten Date alles nicht bespricht. Ich möchte jetzt auf die Liste hinzufügen, besprecht eure Klimasituation. In welchem Klima fühlt ihr euch gut und wohl und angenehm? Wirklich, das ist seit 10 Jahren ein großer Kampf zwischen uns. Wenn dein Partner nur bei 5 Grad Celsius schlafen kann und ein Fenster aufbraucht und den Luftdurchzug braucht und du bist aber eine total verfrorene Maus, die 5 Bettdecken braucht und bloß kein Fenster auf, das funktioniert nicht. Das gibt Ehekrieg. Ich sage dir, das ist die Hölle. Ja, der ist wie ich. Also das ist, ich habe 10 Jahre zurückstecken müssen. Oh Gott, aber der ist wie ich. Also ich bin so froh, dass ich hier in dieser Butze Klimaanlage habe und ich benutze die wirklich sparsam, weil Strom ist halt im Moment nicht im Angebot. Aber ohne Klimaanlage, ich brauche es hier in der Bude 17 bis 18 Grad. Meine Mutter, das Erste, was die macht, wenn die in mein Haus kommt, ist, die geht ins Ankleidezimmer und holt sich eine fucking Strickjacke, weil die sich hier den Tod holt. Und wenn es zu warm ist, ich kriege da die Krise. Aber soll ich dir sagen, wann es am schlimmsten ist, wenn man sich schminken möchte und es ist heiß. Also meine Haut, die produziert dann so viel Schweiß und Talg, dass das direkt wieder runterrutscht. Ich brauche es kalt beim Schminken. Macht mir gar nichts aus. Ich bin aber auch keine Maus, die stark schwitzt. Ja, wir hatten das Gespräch ja schon mal über das No Angels Konzert, wo es eine Million Grad, ich muss das nochmal erwähnen. Wir waren beim No Angels Open Air. Open Air. Es war seit sechs Wochen über 30 Grad in Deutschland letztes Jahr und die Bänke in dieser Open Air Arena waren aus Stein, oder? Korrigiere mich. Das war so ein Stein, so Beton, aufgeheizt. Du konntest dich nicht hinsetzen, du hättest ein Spiegelei auf den Sitten braten können. So schön für die Hämorrhoiden, großartig. Auf jeden Fall und Candy kam geschminkt mit Perücke, ein Hammer-Outfit und du hast am Ende der Show noch besser ausgesehen als vorher. Ich hatte das Gefühl, dass die Hitze dein Make-up hat noch mehr mit deiner Haut verschmilzen lassen und ich stand daneben. Ich habe gedacht, ich verliere das Bewusstsein. Ich habe den Fächer so doll geschwungen, dass er ja zerbrochen ist. Das war der Oberhammer, da ist ja die Schraube rausgeflogen. Und ich habe so viel getrunken, also ich musste nicht mal auf Toilette, weil der Körper das so ausgedünstet hat. Also seitdem glaube ich dir das auch, wenn du sagst, Hitze ist voll dein Ding. Ja, es macht mir halt einfach nichts aus. Aber fangen wir mal bei meiner Woche chronologisch an. Ich war letzte Woche mal wieder bei Tokio Hotel. Die Jungs haben ihr Berlin-Konzert gespielt. Das Konzert selbst habe ich nicht sehen dürfen, können, wollen, wie auch immer. Ich wurde nicht eingeladen zum Konzert, denn es war anscheinend schon Überkapazität, was mir einfach gar nichts ausmacht. Ich war dafür bei meiner Freundin Hungry auf dem Geburtstag und bin danach auf die Afterparty von Tokio Hotel gegangen. Das war so eine süße, kleine, private Afterparty von, keine Ahnung, wie viele Leute waren da, 100 Leute in so einem Hotelkeller, die da gleichzeitig als Bar fungiert. Und das war super süß. Und die hatten auch eine tolle DJ, die richtig geile Übergänge gemacht hat und sich was gedacht hat, irgendwie bei, wie mache ich hier die Musik. Aber die Musik an sich in so einer Hetero-Veranstaltung ist halt einfach furchtbar. Also ich kann nicht mehr. Also was die da spielen, ich weiß es schon, ich kenne das schon alles gar nicht. Das ist einfach nur stupides Zeug. Nenn mal ein Beispiel. Ich sage ja, ich kenne ja diese Titel schon gar nicht, weil das alles so komische Sachen sind. Und es ist sehr Hip-Hop, R'n'B-lastig, aber so Sachen, die man halt vor 20 Jahren irgendwie cool fand und die irgendwie nicht so geil gealtert sind. Keine Ahnung. Und dann kam Bill um zwei Uhr oder um halb zwei rein mit seiner Crew und Heidi und alle waren da. Und die DJ checkt das nicht und ich denke mir so, scheiße, wenn jetzt Bill reinkommt und der hört diese Musik, das ist ja, also das geht ja gar nicht. Bill ist ja genauso wie ich so eine Pop-Maus, ne? Bin ich so DJ hin und hab gesagt, du, der Bill ist jetzt gekommen. Und jetzt musst du Britney und Katy Perry und alle spielen und Lady Gaga und das volle Programm, ne? Und sie dann so, say no more, machen wir kein Problem. Und ab dem Moment, die Party, die Leute sind ausgerastet. Also nicht nur Bill und Co., sondern auch die 99 Prozent der Hetero-Gäste, die sind abgegangen. Ich weiß. Und ich denke mir immer, ich verstehe das nicht. Warum spielen die so furchtbare Musik und denken, sie haben Spaß? Und wenn sie dann so die Gay-Klassiker bekommen, dann können sie mal so richtig loslassen und können sich wirklich geil fühlen und total Spaß haben. Warum machen die das nicht automatisch? Ich weiß. Ich finde aber auch, dass jeder Gay DJ werden sollte. Finde ich wirklich. Ist wirklich so. Das könnte aber auch gefährlich sein. Naja, schau mal, wir haben hier in Koblenz so einen Club. Die Nachtwache ist so ein Club ab 25, ist auch nur so ein Kellerraum. Also dreimal drei Quadratmeter. Aber vor der Pandemie hatte ich das Gefühl, vielleicht war auch ein anderer DJ da. Die Mucke war immer geil. Und ich finde, die breite Menschenmasse zu stimulieren, ist jetzt keine Kunst. Also sorry an alle DJs da draußen. Ich glaube, dass man schnell Leute animieren kann. Eben mit solchen Songs, wie du halt eben sagst. Da spielst du Gloria Gaynor. Da spielst du ein bisschen Tina Turner. Ah, ah, R.E.P. Tina. Ich wollte noch drauf kommen, ja. Okay, wir reden gleich drüber. Oder eine Britney oder so. Und dann spielen die da jede Woche Mambo No. 5. Dann spielen die da Macarena. Und wenn dann auch nichts mehr geht, quit playing games with my heart. Und an für sich sind das ja auch coole Klassiker. Aber ich glaube, es geht doch einfach noch cooler. Und deswegen finde ich, alle Gays da draußen, werdet bitte DJ. Wirklich. Werdet DJs und rettet euer Dorfnachtleben. Denn das ist wirklich sehr traurig, habe ich das Gefühl. Total. Wenn das schon in Berlin, in der Kulturhauptstadt Deutschlands, so ist, dass das Nachtleben für die Heten so langweilig ist, und dass sie auf Britney und Co. so abfahren, wenn sie das einmal hören, dann muss die Welt gerettet werden. Ich rufe die Gays auf, die Welt zu retten, das Nachtleben zu retten. Und liebe Heteros, liebe Heteros da draußen, die uns zuhört, bitte geht zum DJ und sagt, spiel doch mal was Schwules. Mach doch mal die Gay-Klassik. Geil. Ich war in Amsterdam in einem Club, im Escape Club. Und der DJ, das war einfach eine Wonne. Wenn du den einfach nur zugeschaut hast, der hat performt. Und der hat Pop-Klassiker, die wir alle kennen, in Deep House umgewandelt. Aber immer noch mit einer richtig schönen 80s-Disco-Version Deep House. Und ich sag's dir, ich musste auf Klo, ich war am Schwitzen, ich konnte nicht mehr auf meinen Schuhen stehen, aber ich konnte den Dancefloor nicht verlassen, weil ein Knaller den nächsten gejagt hat. Und das würde ich mir mal für Deutschland wünschen. Wirklich. Ja, nee, da bin ich raus tatsächlich. Ich kann, was ich das Allerschlimmste finde, ist, wenn schon perfekte Pop-Songs wie Genie in a Bottle oder Quit Playing Games With My Heart oder Britney Spears, wenn das geremixed wird in so EDM-Scheiße. Das ist eine Verheterung. Also das sind die Heten, die dann auf die Idee kommen, wir machen das jetzt. Ja, nee, bin ich raus. Also nein, die sind schon perfekte Songs. Ich bin ja auch in den letzten Jahren so ein kleiner Indie-Pop-Fan geworden. Ich wusste vorher gar nicht, was das ist. Und ich muss sagen, wenn du Pop-Klassiker so ein bisschen Indie mixt, dann kann sich das schon ganz geil anhören. Aber ich verstehe deinen Punkt. Ja, wir sollten aufhören, alles zu verheten. Wer ist für dich Indie-Pop? Hast du ein Beispiel für mich? Ich kenne keine Indie-Pop-Künstler. Ich mache manchmal so eine Playlist auf Spotify an und finde es dann total geil irgendwie. Kenne ich. Richtig cool. Ja, aber Tina Turner, ja, what do you say? Tina Turner ist gegangen. Wir haben über sie noch gesprochen vorletzte Folge. Haben wir. Und die ist ja auch eine ganz große Ikone von mir. Ich liebe die. Ich bin mit ihrer Musik aufgewachsen. Meine Mutter ist auch ein riesengroßer Tina Turner-Fan. Und ich habe das nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Weil die in den letzten Jahren, wenn die noch Interviews gegeben hat, habe ich immer gedacht, ah ja, die ist noch quietschfidel. Und die war jetzt 83. Und das ist, also da kannst du ja schon noch mal zehn Jahre, ne? Finde ich auch. Aber man weiß ja nicht, was jetzt passiert ist. Sie soll friedlich eingeschlafen sein im Züricher See. Ja. Naja, also ich glaube, unsere Generation, wir kratzen schon easily an der 90. Aber die ist in den 30er Jahren geboren. Ich denke, dass da so Anfang, Mitte 80 immer noch so ein Durchschnittsalter ist. Wann ist die geboren? 1938, glaube ich. Nein, 48, wenn die jetzt 83 ist, ist die... Nein. Alexa, wann ist Tina Turner geboren? Oh mein Gott. Eventuell müssen wir das rausschneiden vor lauter Peinlichkeit. 39. There you go. Das lassen wir schön drin. Im Zweiten Weltkrieg wurde Tina Turner geboren. Ja. Ihre Karriere ist ja hauptsächlich noch in Schwarz-Weiß abgefahren. Ist es auch. Ich habe so eine lange Reportage gesehen. In den 50er Jahren ging es los bei ihr. Ike und Tina Turner hat ja auch, glaube ich, in den 60ern stattgefunden. Hat sich ja ewig gezogen. Ganz tragisch. Naja, was auch immer. Ich fand sie auch ganz, ganz toll. Es ist eine Legende. Und möge sie in Frieden ruhen. Und we will meet again, Tina. Und... Ja, genau. Dann wirst du sie zusammen mit Amy Winehouse und allen Leuten da oben nochmal... Oh mein Gott. Und dann kommt in unseren Club, weil ich sag's dir, gay, hetero, whatever, Amy und Tina machen mit mir einen Remix. Einen Haus-Remix, den wir dann im Hetero-Club spielen können, genau. Und da ich ja glaube, dass ich relativ früh sterben werde, ich kann das gar nicht begründen, glaube ich, werde ich auf jeden Fall schon mal die Location dekorieren, bevor du kommst, 30 Jahre später. Aber zum Frühsterben ist jetzt schon ein bisschen spät für dich, oder? Naja, wenn ich mit 50 abdanke, ist es auch früh gewesen. Ja, okay. Bist du eigentlich eine gute Tänzerin? Mhm. Ja, das finde ich schön, dass du das so selbstsicher sagen kannst. Denn ich habe mir gedacht, als ich jetzt gerade nochmal über dieses Tokio-Hotel-Event nachgedacht habe, nachdem die da dann meine Musik gespielt hat oder auch Bills Musik gespielt hat, da bin ich ja abgegangen. Dann hält mich nichts mehr. Und ich bin aber so ein Körperklaus. Ich kann nicht tanzen. Ich habe kein Rhythmusgefühl. Ich habe keine Ahnung, zu welchem Beat ich welchen Fußzeh wie bewegen soll. Und ich mache das aber trotzdem, weil ich Spaß dabei habe. Und ich denke mir dann immer, das muss ich mir antrainieren. Weil man hat ja auch so eine gewisse Scham, wenn man weiß, man kann was nicht. Und man macht es aber trotzdem, weil man Spaß daran hat. Und ich denke mir dann immer, wenn da jetzt irgendwie die Tina von oben zuschaut, wie ich auf ihre Musik so unrhythmisch tanze mit meinem Körperklaus. Also das tut mir ja schon fast leid für die. Also das von außen, das von außen sich anzuschauen. Hätte ich bei dir jetzt nicht gedacht. Ich dachte, du hast viel Körperbeherrschung. Nein, ich habe absolut kein Körpergefühl. Das fängt schon beim Laufen an. Wenn du mir beim Laufen zuschaust, das sieht aus wie jemand, der gerade das Laufen neu erlernen musste, weil er keine Ahnung hat. Das ist witzig, dass du das sagst. Weil wenn ich mich laufen sehe auf Aufnahmen, denke ich auch immer, hier stimmt was nicht. Ich laufe auch. Ganz komisch. Und manchmal denke ich mir, ich gehe vielleicht nicht gerade genug oder irgendwas ist da. Ich finde nicht heraus, was es ist. Ich watschle so. Ich finde nicht heraus, was das ist. Wirklich, ekelhaft. Aber tanzen kann ich richtig gut. Ich habe eine gute Körperbeherrschung. Ja. Ich finde, ich tanze auch weiblich und leidenschaftlich. Also ich kann schon. Aber ich finde, das spielt keine Rolle. Tanzt, wenn ihr Bock habt und habt Spaß. Weil ich finde, Tanzen ist was, das macht das Leben richtig schön. Ja, ich tanze ja auch in einer Wohnung hier immer rum. Und ich bin dann auch total am Rumblödeln. Und ich komme mir vor wie Ellen DeGeneres, wenn sie in ihre Talkshow reintanzt. So tanze ich dann. Aber das ist mir auch egal. Das macht mir Spaß. Ist egal. Ist egal. Weißt du, was eine ganz unangenehme Sache ist, finde ich? Mhm. Und das passiert mir jetzt immer wieder öfter, Uber-Fahrer, die, wenn man einsteigt, da schon mal eine komplette Schachtel vorher drin geraucht haben. Ich verstehe es nicht, ihr seid in einem Service, ihr bietet ein Service an und wollt eure scheiß fünf Sterne abholen. Denn die braucht ihr für euer Uber-Gewerbe. Und dann gehst du da in das Auto ein, du steigst ein und da kommt dir so eine Qualmwolke entgegen. Und kennst du das so von alten Autos, dieser abgestandene, kühle Rauchergeruch? Der erinnert mich immer so an Mama und Papa. Ich fühle mich dann immer ganz zu Hause. Aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als in so ein verqualmtes Auto einzusteigen und dafür auch noch bezahlen zu müssen. Ekelhaft. Ich bin ja die größte Antiraucherin der Welt, deswegen. Nee, das bin ich. Das bin absolut. Nee, ich. Ich habe noch nie eine Zigarette gezogen. Ich bin der ganz große Raucherverein, den in meiner Gegenwart darf keiner rauchen. Und ich schimpfe auch immer, ich verurteile das auch. Ich kritisiere das auch. Ich lasse dafür auch Freundschaften zerbrechen. Aber Rauchen ist für mich No-Go, Number One. Und jetzt pass auf. Jetzt war ich vor kurzem, ich glaube am Montagabend, war ich mit Freunden verabredet zum Essen. Und wir saßen an einer großen Tafel draußen in einem Lokal. Und da waren auch viele fremde Freunde von meinen Freunden dabei, die ich noch nicht kannte. Und die waren alle zuckersüß und total lieb. Aber, und liebe Raucher und Raucherinnen da draußen, ihr seid das größte, asozialste Pack. Es tut mir so leid. Ich werde jetzt auch wieder so aufs Maul bekommen dafür. Aber ich finde Rauchen sowas asoziales. Denn, und jeder Nichtraucher kennt das. Jeder Nichtraucher kennt das. Das ist so eine Unart. Du bist am Esstisch und es wird gegessen. Und die Leute haben noch irgendwie so eine halbe Portion auf dem Teller. Und der Raucher ist schon fertig, holt die Zigarettenschachtel raus und sagt, stört es dich, wenn ich rauche? Und dann, ich sitze da fassungslos. Wirklich fassungslos, weil ich mir denke, ja, es stört mich. Aber weißt du, wie unangenehm das ist, dir das jetzt sagen zu müssen? Ich fühle mich dann total kacke. Und ich finde es von dir unverschämt, dass du überhaupt auf die Idee kommst, während ich esse, mich zu fragen, ob es mich stört. Also hast du denn kein Feingefühl? Kannst du denn deine Not, jetzt zu rauchen, dein Bedürfnis, nicht irgendwie kurz mal runterdrosseln? Und kannst du nicht verstehen, dass es ekelhaft ist? Denn die Raucher wissen das ja. Sonst würden sie nicht fragen. Ich finde das ganz schlimm. Es ist ja schon krass, allein, dass du etwas tust, was andere Leute beim Essen stören könnte. Aber ich finde auch, mittlerweile sage ich das auch, also ich bin da anders gepolt, auch wenn am Tisch hinter mir geraucht wird, dann sage ich immer, stört es sie, wenn sie nicht in meiner Gegenwart rauchen? Und da reagieren die natürlich richtig, richtig empfindlich und sagen, aber wir sind hier draußen. Meiner Meinung nach müsste es wie in anderen Ländern auch in Restaurants und Cafés draußen verboten sein. Ein eingezingelter Bereich, wo die sich hinstellen müssen und dann wäre es mir auch egal. Aber ja, ich weiß nicht, dann spritzt lieber Heroin. Das stinkt nicht so. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn du zum Beispiel drinnen bist mit einer größeren Gruppe von Leuten am Essen oder auch man trifft sich auf ein Getränk oder so und es ist eine Nichtraucherbar, weil wir fast alles Nichtraucherbars sind. Und dann gehen die Raucher raus zum Rauchen und dann sind die einfach weg. Und von einer Gruppe von zehn Leuten hockst du dann nur noch zu zweit am Tisch. Ich finde das so unverschämt. Ich finde das richtig scheiße von den Rauchern. Liebe Raucher da draußen, reflektiert mal über euer eigenes Verhalten, über euer Suchtverhalten und wie das unsozial einfach ist und wie das Gruppen irgendwie so ein bisschen. Und dann sagen sie, ja, aber ist doch voll sozial, weil wir gehen ja dann alle zusammen rauchen. Ich bin ja nur so ein sozialer Raucher. Nee, du bist ein A*****. Sorry. Oh, jetzt ist aber, jetzt wurde hier aber mal Klartext gesprochen. www.candyhatsgesagt.de Candyhatsgesagt.de Mir wurde, ich habe letzte Woche von einem Freund von mir, der Synchronsprecher ist, eine Nachricht bekommen, dass er doch sehr verwundert darüber war, dass ich gesagt habe, ich hasse Synchronisation, weil Hassen ja so ein starkes Wort ist. Und ja, ich bin mir durchaus bewusst, ich habe Literatur studiert, ich habe auch Sprachwissenschaften gehabt im Studium. Ich weiß, was Worte für eine Macht haben, aber ich meine das auch so. Ich finde das ganz furchtbar und ich weiß, dass Hass ein starkes Wort ist, aber ich finde das ganz furchtbar. Und tut mir leid. Alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt ja mal eine Wette abgeben, ob Candy diese Nacht gut geschlafen hat und heute Morgen mit dem rechten oder linken Fuß aufgestanden ist. Also www.sieteiltaus.de, jetzt gibt sie Vollgas. Ich möchte zu dieser Rauchersache noch was sagen. Mein wichtigster Aspekt ist natürlich, dass die Leute kurz über ihre Gesundheit reflektieren. Und auch meine Gesundheit als Nichtraucher. Ja, whatever. Also ja, aber ich glaube, das wissen die Leute selber, dass das schwierig ist. Ja, aber das ist ja das Tragische, dass sie das wissen und alle leiden darunter, aber egal. Naja, auf jeden Fall war ich da beim Essen und es war trotzdem ein schönes Essen. Ich musste dann auch ganz schnell wieder flüchten, weil es hat mich einfach genervt. Ich war auf einem anderen tollen Event vorgestern in Mannheim und in Mannheim wurde eine Doku gedreht, die hieß Drags of Money. Ganz furchtbarer Titel, aber eine ganz tolle Doku unter SWR, denn ich bin ja ein badisches Pflänzle. Ich komme ja aus dem Badenland. Ich liebe SWR, lecker aufs Land. Die haben mich da eingeladen. Die haben gesagt, wir kennen die. Wir haben da eine ganz tolle Doku gemacht über Dragkultur in unserem Ländle und haben eine Gruppe von Leuten begleitet, die Drag machen. Und möchtest du nicht kommen, möchtest du es anschauen? Habe ich das gemacht, bin da hingefahren. Die haben natürlich Reise und Hotel übernommen, war zuckersüß. Und habe die Doku angeschaut und es war eine ganz tolle Doku, die könnt ihr euch in der ARD-Mediathek, glaube ich, anschauen. Wo war das? Wo war das Event? In Monnem, in Mannheim. In Mannheim. Also auch nicht allzu weit von dir. Was sind das, zwei Stunden oder so, ne? Ja, maximal, ja. Genau. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich da eine ganz, ganz tolle Person das erste Mal live getroffen. Und zwar ist sie mein größtes Drag-Idol. Das war die Mary. Die Mary von Mary und Gordy, die waren in den 80er, 90ern, waren die ein ganz, ganz, ganz großes, also für alle, die das nicht kennen, ein ganz großes Travestie-Paar auf der Bühne. Das sind, wie ich, Männer gewesen, die sich in Frauenkleidung geschmissen haben und dann dort gesungen haben, getanzt haben, Comedy gemacht haben, gelacht haben. Und das sind bis dato die größten Travestie-Stars. Und Mary ist jetzt auch in der Vergangenheit die größte Travestie-Künstlerin aller Zeiten in Deutschland gewesen, die aufgetreten sind. Die hatten Sylvester-Specials im Öffentlich-Rechtlichen. Die hatten sechs, glaube ich, sechs verschiedene TV-Shows, die ausgestrahlt worden sind. Also das gibt es heute gar nicht mehr. Und Mary wurde dann dort auch auf die Bühne geholt und durfte ein paar Worte sagen. Und das war so reizend und so rührend, weil Mary erzählt hat. Und Mary sitzt 73 Jahre alt und war, wie gesagt, die erste und größte Travestie-Superstar in Deutschland. Und sie wurde dazu befragt, wie sie den gesellschaftlichen Wandel aktuell beobachtet. Denn viele in der Queeren-Community haben das Gefühl, dass der Drang nach rechts und der Drang in Richtung Konservativ und der Drang in Richtung Anti-Homo und Homophobie und Transphobie immer größer wird. Und Mary hat das bejaht. Sie sagte, sie ist auch der Meinung, dass das immer schlimmer wird. Dass durch die sozialen Medien natürlich das Thema immer wichtiger und besser durchleuchtet wird. Aber gleichzeitig dann auch die Gegenstimmen immer lauter werden. Und in Staaten wie den USA zum Teil. Es gibt ja auch inzwischen Anti-Trans-Gebote, Anti-Drag-Verbote, all dieses. Das ist total absurd. Und sie hat erzählt, dass das in den 80er, 90er, als sie aufgetreten ist, auf der Bühne und im Unterhaltungsbereich, da war das selbstverständlich. Sie wurde da applaudiert dafür und es wurde total hingenommen, dass sie diese Person ist. Es wurde gar nicht hinterfragt und sie hat da eigentlich keinen Hass bekommen. Den hat sie, wenn, vielleicht eher auf der Straße anonym bekommen. Aber ihr wurde eigentlich dazu applaudiert. Und sie findet es ganz, ganz furchtbar, dass das jetzt gerade so eine Kehrtwende macht. Und fand ich interessant, dass sie das auch mit 73, die da ja schon ihre Karriere an den Nagel gehangen hat, das immer noch beobachtet und das auch spürt. Und ihre Worte waren dazu, die Dummheit siegt leider. Und wenn wir, das Schlimmste, was wir machen können, ist, den Dummen eine Plattform geben und diese nicht zu negieren oder dieser Dummheit nicht entgegenzustehen. Denn wenn wir schweigen und wenn wir nicht laut gegen diese Dummheit vorgehen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir im Morast verschwinden. Das waren genau ihre Worte. Und das fand ich eine ganz, ganz inspirierende Sache zu hören. Und ich weiß nicht, du kennst Mary bestimmt auch, oder? Also sag dir was, ne? Ich glaube, ja, dass ich das auf dem Schirm habe. Und ich glaube sogar, dass ich eine Show von ihr gesehen habe, die super, super alt ist. Und die ich ganz wunderbar und bezaubernd finde. Aber jetzt mal abgesehen von ihr als Künstlerin ist das, was sie sagt, natürlich wirklich sehr, sehr spannend, ja. Die war auch um euch mal die Größe dieser Person oder dieses Superstar. Sagst du mir mal bitte ihren Namen, dann google ich mal nebenher. Mary, M-A-R-Y und dann Morgan. Also ich glaube, du musst nur Gordon und Mary eingeben und dann kommt sie schon. Die hat zum Beispiel auch in den 90er Jahren einen Centis-Werbevertrag. Ja. Die hat Marmeladen-Werbung gemacht. Ich kenne die Show und ich muss sagen, dass sie, ich habe die Show gesehen, die muss auch aus den 90ern gewesen sein und das war mehr als hervorragend. Sie wechselt ja auch Kostüme, da war ein Pianist mit dabei und ich muss sagen, dass das wirklich eine Kunst ist wie nichts anderes. Ganz, ganz große Kunst und ganz schön zu sehen, dass das früher mal einen Platz hat in der Unterhaltungsindustrie und dass es den heute wieder irgendwo hat und dass wir eben dadurch repräsentieren, dass es uns auch gibt. Finde ich schön. Auf jeden Fall habe ich die auch Backstage kennenlernen dürfen. Ich stand dann am Sektempfang mit ein paar anderen Drag Queens und ich glaube, wir waren so tausend Leute in diesem Kino, wo diese Dokumentation gezeigt wurde. Und dann stand da Mary und ich stand in ihrer Nähe und sie wurde natürlich umhüllt von Leuten, also die umzingelt. Alle wollten irgendwie ein Foto mit ihr und ich stehe nur da ganz schüchtern und dachte mir, naja, okay, ich warte jetzt einfach mal, ich will da so einen ruhigeren Moment abwarten. Und sie sieht mich und beobachtet mich die ganze Zeit aus dem Augenwinkel und ich so, oh Gott, das ist irgendwie unangenehm, aber irgendwie auch süß. Und dann geht sie aus ihrer Traube heraus von Leuten und geht auf mich zu und sagt so, hallo. Und ich so, oh mein Gott, hallo, ich bin Candy. Und dann war ich total starstruck und habe mich mit ihr unterhalten und habe mich bei ihr bedankt für all die Arbeit, die sie geleistet hat für die Community und dass sie auch so ein bisschen den Weg geebnet hat für auch meine Karriere tatsächlich. Denn es ist, wie es ist. Ohne eine Mary hätte es eine Candy Crash nicht geben können, wären wir im Mainstream nicht angekommen. Und die war einfach total toll. Und man sagt ja, never meet your idols. Also ich hatte bisher eigentlich immer Glück. Es gab ja nur einen Idol, das ich getroffen habe, das ich furchtbar fand. Alle anderen fand ich toll. Bill war toll, Mary war toll, Heidi war toll, wobei die nie ein Idol war, aber trotzdem jemand, den ich irgendwie interessant fand. Ja, hast du ein Idol, das du niemals treffen möchtest, weil du Angst davor hast? Ne, ich habe viele Menschen, die mich inspirieren. Manche von denen habe ich auch kennengelernt, manche nicht. Aber nee, aber ich glaube, dass ich auch, also ich kann diesen Spruch verstehen, dass man seine Idole nicht kennenlernen sollte, weil man sonst höchstwahrscheinlich auch sehr enttäuscht ist. Deswegen habe ich auch immer so Angst, Leute zu nah kennenzulernen, die mich ganz toll finden, weil ich diese Persona, die sie von mir haben, einfach, dass ich der nicht gerecht werden kann. Ich habe das in London gemerkt, ich habe mich manchmal so unter Druck gesetzt gefühlt, aber das hat was damit zu tun, dass ich mich unter Druck gesetzt habe, dass Leute, die mich sonst nur von der Bühne kennen oder aus den Medien kennen, dass die eine bestimmte Vorstellung von mir haben, wie ich bin. Die Leute denken ja immer, entweder kann man mit ihr nur lachen oder Deep Talk führen oder über Sex reden und eigentlich merken die Leute dann ganz schnell, oh, die Nicolette, die redet einfach am wenigsten und hält auch die Klappe und ist am liebsten für sich und dann sind die super enttäuscht. Also gerade Menschen, kann ich euch nur sagen, die sehr auf Entertainment aus sind, die, wenn die Kamera an ist, auf Knopfdruck funktionieren, sind im Privatleben am ruhigsten. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es nicht authentisch ist, sondern es zeigt einfach, wie sehr man Künstlerin ist. Das ist ein Beruf. Und ich halte gerne privat meine Fresse. Das ist so. Es können 20 Leute am Tisch reden. Ich höre gern zu. Ich esse mein Essen. Ich höre gern zu und finde das wunderschön. Aber diese Annahme habe ich irgendwie nicht. Das kann aber auch sein, weil ich so viele Jahre als Visagistin beim Fernsehen war und viele prominente Menschen kennengelernt habe und früh gelernt habe, dass Menschen vor der Kamera anders sind als hinter der Kamera. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht authentisch oder unehrlich sind, sondern Job ist Job. Wir vertun uns da immer. Aber nee, ich habe Menschen, die mich inspirieren. Und weißt du, wer mich inspiriert? Ganz viele Menschen. Private Menschen, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Du kannst mich inspirieren. Meine Freundin kann mich inspirieren. Irgendwie ein Superstar aus Amerika kann mich inspirieren. Ich hole mir immer so das Beste hervor. Ja, nee, finde ich gut. Ich habe eine Person, die ich nicht treffen möchte, ist mein allergrößtes Idol, Britney Spears. Möchte ich nicht treffen. Und ich glaube, wir sind sowieso schon alle sehr desillusioniert. Vielleicht auch gerade die schlechteste Zeit. Ja, wir sind, glaube ich, auch alle sehr desillusioniert von ihr, durch ihren Auftritt auf Social Media und Co. Und merken sie, oh ja, okay, ist doch ein bisschen anders als das, was wir irgendwie die letzten 25 Jahre von ihr gesehen haben, wenn das jetzt die echte Britney ist. Aber okay, ich feiere sie trotzdem noch. Du, wir haben eine ganz süße Nachricht bekommen. Und wir bekommen ja auf Instagram immer ganz viele süße Nachrichten. Und da möchte ich nochmal kurz dazu aufrufen. Folgt uns doch auf Instagram. Schaut mal auf Teufelsküche, der Podcast. Dort gehen wir die Nachrichten durch. Wir schaffen es nicht, alle Nachrichten zu beantworten, aber wir lesen auf jeden Fall jede Nachricht. Auch wenn die euch nicht als gelesen angezeigt wird, was einfach zu viel Arbeit ist. Und dann suche ich mir mal ein paar raus und dann können wir die zusammen hier nochmal durchlesen. Gerne. Und eine der Nachrichten war, einfach nur eine süße Nachricht. Hallo, ihr beiden Hübschen. Ich habe eure neue Folge gerade fertig gehört und ich kann es nicht anders sagen. Sie hat mich mitten ins Herz getroffen. Ich war erst skeptisch, bin ehrlich. Doch je weiter ich zuhörte, umso mehr habe ich tatsächlich verstanden, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen zu denken. Wow, wie kitschig. Ich warte jeden Freitag sehnsüchtig auf die neue Folge. Ihr seid wie zwei gute Freundinnen, denen ich gerne beim Gespräch lausche. Vielen Dank dafür. Alles Liebe für euch. Franzi, ein kleiner Fan. Liebe Franzi, vielen, vielen Dank. Unsere süße Küchenschabe. Danke, Franzi. Eine ganz, ganz süße Nachricht. Richtig lieb. Genau, denn aktuell werden wir hier noch mit Applaus bezahlt. Das wird sich hoffentlich bald ändern, aber den Applaus nehmen wir sehr, sehr gerne an. Ja, und Followerschaften. Ich freue mich total, dass du einige Follower dazu gewonnen hast. Ich freue mich, dass unser Instagram-Account wächst. Das beobachtest du, ne? Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, ich beobachte das, weil ich auch gucken möchte, wie aktiv die Leute sind, weil wir ja leider in einer Social-Media-Zeit mittlerweile angekommen sind, wo die Aktivität der Leute richtig gesunken ist. Total. Ich will damit nicht sagen, folgt mir bitte auch auf Instagram. Die meisten tun es wahrscheinlich schon, aber auch ich habe so meine Struggles. Jetzt, folgt mir. Ich finde es auch total süß. Ich habe jetzt die 90 geknackt und ich kann die 90.000 geknackt. 95.000. 95.000. 92.000, glaube ich. Okay, dann vertue ich mich. Aber ich habe letztens noch gedacht, wow. Aber es ist ja auch egal. Die Sache ist, ich weiß gar nicht, ob ich es auf den Podcast zurückführen kann oder ich habe nämlich gleichzeitig mit deinem Aufruf, dass die Leute mir folgen sollen, habe ich zwei Tesla-Videos gepostet, die viral gegangen sind. Und dann kommen da natürlich auch immer gerne noch Leute dazu. Aber es ist auch egal, wo sie herkommen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Hört gerne weiter. Schön ist das. Ja, richtig schön. Als ich auf diesem Event war, da habe ich dann auch eine Frau kennengelernt. Und die Frau, da kannst du jetzt vielleicht ein bisschen relaten. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das dir am Herzen liegt und dir ganz nahe ist. Diese Frau war um die 40, kinderlos, Single und das selbst gewählt. Sie hat gesagt, nein, ich bin Single. Ich habe keine Kinder. Das ist eine Entscheidung von mir. Ich möchte keine Kinder. Ich möchte aktuell keinen Mann. Ich brauche keinen Mann. Und das hat lange gedauert zu verstehen, dass ich auch ohne Mann glücklich sein kann und ich den nicht brauche, um mich vollständig zu fühlen. Und das fand ich schon mal eine sehr richtige und wichtige und schöne Aussage, die, glaube ich, öfter gehört werden muss von vielen Frauen da draußen. Und gleichzeitig hat sie mir gesagt, und das ist was, was du mir auch schon erzählt hast, was ähnliches, dass sie ganz oft zu hören bekommt, oh mein Gott, du armes, warum hast du denn keinen Mann? Also was kann denn da nicht stimmen? Du bist so ein hübsches Mädel und was ist denn da verkehrt? Ja, es geht immer um das Hübsche zuerst. Das ist doch so unglaublich. Das hat mich so sauer gemacht, weil ich mir gedacht habe, da haben wir eine selbstbestimmte Frau und es gibt anscheinend nichts Schlimmeres in unserer Gesellschaft als eine selbstbestimmte Frau. Die wird sofort bedauert, da wird Mitleid ausgesprochen und es wird der Fehler gesucht. Und das kann doch nicht sein. Und sie sagt, das hört sie, das ist ein Spruch, den kriegt sie nicht nur von älteren Männern auf Arbeit zu hören, sondern auch von gleichaltrigen Frauen, die anscheinend den Schuss nicht verstanden haben, dass man auch ohne Mann glücklich sein kann und dass auch Kinder eine Entscheidung sein können, die man bewusst fällt, die nicht zu haben. Ja klar. Ich finde es auch wirklich immer interessant, dass dieses Argument, du bist doch so hübsch, warum bist du denn Single, immer zuerst kommt. Ich will es ja nicht erwähnen, aber ich gucke halt First Dates. Also ich glaube so langsam, dass du so einen Schleichwerbevertrag mit denen unterschrieben hast und Heinrich dir das Geld an die Seite holst. Nein, nein, aber wir sind am E-Mailen mit First Dates. Also es könnte eventuell sein, ja, steht noch in den Sternen, aber es könnte eventuell sein, ich würde gerne zu First Dates Hotel, die hätten mich gerne bei First Dates die Celebrity Edition. Es gibt eine Celebrity Edition. Ja, es gab mal zwei Folgen, die ich halt nicht so prall fand, deswegen würde ich einfach gerne zur Bürgerlichen gehen, aber naja, mal gucken, was daraus wird. Ich werde berichten. Und bei First Dates ist es natürlich auch immer so, dass wenn die Leute reinkommen, werden die sehr, sehr schnell vom Roland Trettl gefragt, warum bist du denn Single, du siehst doch so toll aus. Und ich frage mich jedes Mal, nenn mir den Zusammenhang. Nee, sagt ihm keiner. Ich werde aber nachhelfen. Ich werde wahrscheinlich die rebellischste Folge aller Zeiten dort abdrehen. Und ich denke mir immer, naja, also wenn es in einer Beziehung darum geht, wie schön jemand ist oder in der Partnersuche, dann wäre die Hälfte der Menschheit in glücklichen Beziehungen und die andere Hälfte höchstwahrscheinlich nicht, wenn sie nicht dem gesellschaftlichen, optischen Standard entsprechen. Und ich finde, dass wir dringend davon wegkommen müssen. Nicht, dass man Leuten kein Kompliment machen darf. Das ist ja auch irgendwo ein Kompliment. Aber ja, die, also wir können uns darüber ja auch tot diskutieren. Frauen, die immer noch der Überzeugung davon sind, dass ihr Nutzen in dieser Gesellschaft davon ist, einen Mann zu haben und Kinder in die Welt zu setzen, damit sie als Frau gesellschaftlich wahrgenommen werden. Das kann ich nur noch bedauern. Ich kann es wirklich bedauern, dass Frauen auch wirklich immer noch glauben, das sei ihre einzige Berufung. Und damit dann eben auch andere infizieren. Aber ich denke, dass ich diesen Punkt in der Menschheit nicht mehr ändern kann. Es ist mir auch mittlerweile egal. Dann stürzt euch in die Beziehungen, bekommt Kinder. Dann klatsche ich einmal eine Runde und dann heulen wir über die Frauen, die keinen Mann und keine Kinder möchten oder das gerade nicht zur Hand haben. Und jetzt pass auf, diese Frau hat auch einen Satz genannt, den ich zu ihrer bewussten Kinderlosigkeit, der mich sehr lange hat nachdenken lassen. Und ich fand den eigentlich sehr richtig und sehr gut auf den Punkt getroffen. Und gerade jetzt auch, weil Muttertag war, fand ich den sehr, also ich habe irgendwie ein schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter. Sie hat kein schwieriges Verhältnis mit mir. Das ist alles super von ihrer Seite, aber umgekehrt halt nicht. Auch gut. Kenne ich. Weil sie ihre mütterlichen Pflichten irgendwie nicht so ausüben konnte, wie ich das vielleicht gebraucht habe in meiner Kindheit und Jugend. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat sie gesagt, weißt du, keine Kinder zu bekommen, heißt auch, keine Verantwortung zu übernehmen, außer für sich selbst. Und sie hat gesagt, in dem Moment, wo ich Kinder in die Welt setze, bin ich mein Leben lang bis in meinen Tod an diese Kinder mit Verantwortung gebunden. Das fängt an mit, auf die Kinder aufpassen, wenn sie groß werden, die ordentlich groß zu ziehen, ihnen ein schönes Leben zu ermöglichen, dass es ihnen gut geht. Dann auch, wenn sie erwachsen sind, irgendwie trotzdem vielleicht noch da zu sein als Kompass, was auch immer. Und dann hat sie gesagt, und das hört ja nicht auf, wenn du stirbst. Du musst ja dann in deinen Tod hinein immer noch diese Verantwortung mittragen, wenn du dann eine Nachlassverwaltung irgendwie erstarten musst. Wenn du darüber nachdenkst, wie wird das Erbe verteilt, damit es da keinen Streit gibt. Und das ist was, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das hat mir so mein Mind geblown. Ich so, ja natürlich, du gibst die Kinder nicht, die verantworten nicht mit 18 ab, sondern bis du tot bist, hast du diese Verantwortung den Kindern gegenüber. Und ich fand das interessant, weil meine Oma ist vor einem halben Jahr gestorben. Meine Oma war ja so der wichtigste Mensch in meinem Leben. Die war das Tollste für mich. Und meine Oma hat leider Kinder, ich glaube, das sind vier Kinder, also meine Onkels und Tanten und mein Papa, die alle total zerstritten sind. Und das ist so schlimm. Und da geht es auch ganz viel ums Erbe, schon immer. Schon seit ich diese Familie kenne, geht es da ums Erbe und die sind verstritten und die sind missgünstig und schaffen es nicht, an einen Tisch zu kommen. Und ich finde das ganz ekelhaft. Und auch bei der Beerdigung im November oder im Dezember, genau, die ist an meinem Geburtstag beerdigt worden, glaube ich, am 1. oder 2. Dezember, da haben es die nicht geschafft. Also mein Vater und ich haben noch so einen Leichenschmaus, wie man das ja nennt, organisiert, dass wir nochmal zusammenkommen und irgendwie unsere Mutter und Oma irgendwie da so nochmal Tribut zollen. Und von denen ist keiner gekommen. Nur mein Vater und ich und meine Geschwister. Und ich fand das so traurig und habe mir gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein, dass man da, dass man so mit dem Tod umgeht. Also ich finde so, Tod ist jetzt auch ein ganz wichtiges, interessantes Thema, weil es ja auch ein unangenehmes Thema ist für ganz viele. Und ich finde, Tina Turner hat jetzt auch einen guten Startschuss in diese Folge gebracht mit Tod. Lass uns über den Tod sprechen. Ich möchte vorher noch was nochmal ganz kurz anschneiden zu dieser Sache mit dem Kinderwunsch. Weißt du, ein Kinderwunsch ist ja wirklich eines der egoistischsten Wünsche, den du als Mensch ausüben kannst. Weil du kannst natürlich den Menschen, den du gebärst, vorher nicht fragen, ob er auf der Welt sein möchte. Oh mein Gott, hast du das TikTok gesehen? Nee. Ich habe gerade eben TikTok gesehen von einer Frau, die ihre eigenen Kinder, ihren eigenen Eltern verklagt hat, weil sie ja nicht gefragt worden ist, ob sie geboren werden sollte. Und sie hat recht bekommen. Ja, aber irgendwie ist es doch auch so. Also ich möchte jetzt nicht übertreiben. Technisch gesehen kannst du niemanden vorher fragen, ob er auf der Welt sein möchte. Und wir wissen alle, auf der Welt zu sein, bringt Konsequenzen mit sich. Das Leben ist halt nicht immer nur schön. In dem Moment, wo Leute sagen, wir wären so gerne Eltern, es dreht sich ja nur um die zwei. Ich möchte Mutter sein, ich möchte Vater sein, ich möchte das Kind gebären. Und nach 18 Jahren muss mein Kind irgendwie gucken, wie es auf der Welt klarkommt. Vielleicht sogar auch schon vorher, wenn du die Skills nicht mitbringst. Und viele Menschen möchten Kinder haben, haben aber die Skills nicht dafür. Und dann ist es natürlich auch so, ich wurde geboren. Und Leute, die kommen dann immer mit so einer biblischen Floskel um die Ecke und sagen, naja, aber wir haben demjenigen das Leben geschenkt. Ja, das Leben steht aber nicht immer nur für Spaß und Sonnenschein. Und wäre ich nicht geboren worden, könnte ich mich ja auch nicht darüber aufregen, dass ich nicht geboren wurde, weil ich bin ja nicht da. Also wir reden jetzt mal wirklich primitiv. Dass ich auf der Welt bin, war einfach nur, weil meine Eltern den Wunsch hatten und jetzt bin ich 35, ich bin transsexuell, ich muss gucken, wie ich mit diesem Leben klarkomme und der ganzen Scheiße. Bitteschön, Mama und Papa, Dankeschön für euren Wunsch. Ich rede jetzt wirklich sehr, sehr hochgestochen. Ich möchte damit nämlich nur betonen, dass ein Kinderwunsch egoistisch ist. Und dann, jetzt kommen wir auf das zurück, was du gerade gesagt hast, dann sind meine Eltern irgendwann alt und können alleine nicht mehr klarkommen. Und jetzt rate mal, wer offensichtlich die Verantwortung übernehmen muss, um die zwei noch zu pflegen, weil man sie nicht vielleicht ins betreute Wohnen stopfen möchte. Ich. Das heißt, am Ende des Tages wurde ich nicht gefragt, ob ich auf der Welt sein möchte und kann hinterher auch noch die Verantwortung nicht nur für mein Leben tragen, sondern auch für die Menschen, die gepflegt werden müssen. Dann sterben meine Eltern und dann muss ich gucken, dass ich das Haus ausräume, dass ich mit dem Erbe klarkomme, dass ich mit den Versicherungen klarkomme und mit dem ganzen Nachlass, wenn einer vielleicht da ist, vielleicht sind ja auch Schulden da und, und, und. Also ein Kind zu bekommen, nochmal, das bringt hyper viel Verantwortung mit sich. Nicht nur für die Eltern, sondern im Nachgang ja eigentlich am meisten nur für das Kind. Das Kind hat mit der Konsequenz des Lebens zu kämpfen. Ich selber bekomme keine Kinder, du hast bisher keine Kinder, wer kümmert sich denn um mich und um dich, wenn wir 85 sind und die Schnabeltasse brauchen zum Essen? Ja, ich muss alleine gucken, wie ich klarkomme. Ich muss eine Pflegerin bezahlen. Ich muss vielleicht ins Altenheim und verrotte da, weil mir keiner den Arsch abputzen möchte, aber dann übernehme ich zumindest die Verantwortung für das Leben, wofür man mich nicht gefragt hat. Und ich finde, dass das ein ganz spannender Aspekt ist, also nochmal, ich übertreibe es hier gerade mit meinem Gerede, aber theoretisch gesehen ist es ja einfach so, wie ich es gerade sage. Alle schreien sind nach Kindern. Ja, ich habe das geklärt und das war eine teure Angelegenheit beim Notar, weil das nach Einkommen und nach Vermögen. Ja, habe ich gemacht. Ich habe das, mir war das auch sehr, sehr wichtig, weil die, es gibt ja die gesetzliche Erbreihenfolge, die ist auch ganz gut so, aber ich wollte auch Leute bestücken, die vielleicht nicht in der gesetzlichen Erbreihenfolge drin sind. Vor allen Dingen, weil ich keine eigenen Kinder habe, war mir das wichtig, noch Menschen zu unterstützen, die sehr viel im Leben für mich getan haben. Und noch viel wichtiger, ich wollte auch, dass mit meinem Nachlass, also vielleicht habe ich auch nichts mehr, wenn ich tot bin, dass damit bestimmte Sachen passieren, die mir sehr wichtig sind. Also ich möchte auch, wenn ich tot bin, immer noch entscheiden können, wofür ich so viel geackert habe. Dann geht das nach Rumänien, an die Hunde und... Nee, bei mir kriege ich kein Tier irgendwas, aber es war mir zum Beispiel auch einfach wichtig, was ist mit den Firmen eventuell, wie sehr wird meine Nichte bevorteilt, weil meine Nichte ja eigentlich bei der Erbkette ganz hinten anstehen würde. Und es kann ja auch sein, dass ich morgen vom Traktor überrollt werde und dann sind meine Eltern dran, irgendwann mein Bruder und meine Schwägerin und meine Nichte kommt halt relativ am Ende dran. Und wenn mir eins wichtig ist, dann, dass dieses Mädchen, die irgendwann eine Frau ist, sich nicht über Geld einen Kopf machen muss, sondern ihr Leben leben kann, weil Geld nun mal einfach ein wichtiger Fakt ist, Geld viele Türen öffnen kann und Geld auch dazu helfen kann, sich selbst zu verwirklichen. Und wenn meine Nichte mit der Schule fertig ist und möchte um die Welt reisen, möchte im Ausland studieren, möchte vielleicht in L.A. wohnen oder in London, dann möchte ich ihr das ermöglichen. Und deswegen habe ich das gemacht, ja. Und hätte das nicht gereicht, das einfach für sich runterzuschreiben als Testament? Muss man zum Notar gehen? Ist das sonst nicht gültig oder wie ist das? Naja, und wo landet das Schreiben denn, wenn ich es runterschreibe? Auf deiner Insta-Bio, keine Ahnung. Genau, dann lege ich das hier auf den Schreibtisch und dann kommt, weiß ich nicht, meine Haushaltshilfe, die mich tot gefunden hat und sagt sich, ach ist das Abfall, ab in die blaue Tonne und dann stehe ich da. Ja, okay, okay. Ich möchte schon, dass das alles geklärt ist. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht zum Nachteil von irgendjemandem, sondern wollte nur, dass das geklärt ist. Ich kenne auch einfach Menschen, die ich sehr lieb habe, die bestimmte Träume haben, die sie sich nie erfüllen konnten. Und vielleicht kann ich denen damit ja auch noch einen Gefallen tun. Aber wir reden jetzt auch nicht von Milliarden, die ich zu vererben habe. Habe ich nicht. Schade. Bitte mich nicht erschießen. Habe ich nicht. Und hast du denn auch, hast du eine Patientenverfügung? Das ist was, was ich nicht habe, weil ich sollte mir mal Gedanken drüber machen. Ich finde, da sollte sich jeder Gedanken drüber machen. Jeder. Meine Eltern zum Beispiel, die haben das. Ich habe Vollmachten und meinen Bruder zu bestimmten Dingen von meinen Eltern und auch Patientenverfügung. Meine Eltern haben mir das auch sehr nahegelegt. Aber ich, also wie gesagt, ich befürworte das auch, besser heute als morgen. Ich möchte mir nur Gedanken darüber machen, wem ich diese Verantwortung in die Hand lege, über mein Leben entscheiden zu können. Weil das ist ja nichts Schönes. Ich finde das nicht schön, dass ich eine Patientenverfügung über meine Eltern habe und eventuell sagen müsste, Stecker raus oder weiter laufen lassen. Und ich möchte, dass jemand die Patientenverfügung hat, der absolut meine Werte vertritt und mich so bedingungslos liebt, da in meinem Interesse zu handeln. Weil ich sage es dir ganz ehrlich, ich halte ein paar Jahre am Gerät durch. Bloß nicht zu früh den Stecker ziehen. Du, du bist ja perfekt konserviert, ne? You do my nails and I get my Botox done. Aber ansonsten, nee, also mindestens drei Jahre läuft die Pumpe. Mindestens. Ich habe so viel in die Kasse eingezahlt, das kosten wir aus. Bis deine Nichte kommt und hier Stecker zieht, weil sie weiß, was auf sie zukommt danach. Nein, also jetzt mal ohne Witz. Ich würde die Patientenverfügung natürlich meinen Eltern geben und vertraue da auch einfach auf meine Eltern. Und wir hoffen, dass sowas einfach nie in Frage kommt. Ja, nie in Kraft treten muss auf jeden Fall. Niemals. Mein Opa, der ist vor zehn Jahren verstorben und der hatte auch eine Patientenverfügung. Und da in dem Fall fand ich das, weil der ist eines natürlichen Todes gestorben, der war einfach alt und hat Alzheimer gehabt. Und das hat einfach seinen langsamen Lauf genommen. Und da fand ich die Patientenverfügung, also das war schon hart dazu zu schauen. Also jetzt wird es mal ein bisschen deeper hier. Der ist halt am Ende verhungert und verdurstet, weil er nicht mehr gefüttert werden durfte, weil er das in seiner Patientenverfügung so hinterlassen hat. Er hat gesagt, er möchte nicht künstlich am Leben erhalten werden und wenn er nicht die Möglichkeit hat, sich selbst zu ernähren, möchte er auch nicht ernährt werden über einen Schlauch und Co. Ich glaube, dass er dann gar nicht an den natürlichen Tod gedacht hat, sondern was passiert, wenn ich einen Unfall habe und im künstlichen Koma oder sowas bin. Aber der hat das ja alles mitbekommen. Der hat ja noch irgendwie gelebt und ist dann langsam gestorben. Und da fand ich das eine ganz, ganz schlimme Sache zuzuschauen. Und ich glaube, da würde ich so eine Sonderklausel machen. Bei natürlichem Tod, bei langsamen Abgängen, bitte, keine Ahnung, entweder schnell nachhelfen, wie man das in der Schweiz darf, oder so lange weiter ernähren, wie es geht. Weil das fand ich nicht schön, so zu gehen und jemandem zuzuschauen. Ja, so eine Patientenverfügung, das kann ja auch, das kann ja so unterschiedlich auch ausfallen, wie man in welcher Situation handelt. Also da muss man sich auch, glaube ich, mal ganz gut beraten lassen. Aber das setzt halt eben auch voraus, dass man sich mit der Tatsache beschäftigt, dass man irgendwann stirbt. Und in unserer Mentalität ist es ja nun mal einfach so, dass wir über Geld und über den Tod nicht sprechen. Und ich glaube, dass... Lücke das. Wir tun es ganz intensiv über Geld, was wir irgendwann nicht mehr haben und über den Tod, damit irgendjemand vielleicht noch Geld bekommt. Aber das sorgt ja dafür, wenn man über den Tod spricht, dass Leute sich darüber im Klaren werden, dass das Leben endlich ist. Und wir Menschen gehen ja davon aus, dass wir noch ewig Zeit haben. Deswegen kommen wir auch alle nicht aus dem Quark und machen unser Ding, weil wir der Meinung sind, auch die Uhr tickt. Und ich habe letztens noch gedacht, ich bin 35 und wenn ich jetzt mein Leben nochmal lebe, bin ich ja quasi 70. Und dann habe ich gedacht, oh, das zieht ja schon schnell an einem vorüber. Also wenn du 17, 18 bist, denkst du, oh, es geht so langsam. Und dann streifst du irgendwann die 30, dann ratterst du auf die 40 zu. Und dann denkst du dir, oh wow, ich bin jetzt ein erwachsener Mensch. Ich bin jetzt kein Kind mehr. Und ich muss jetzt langsam mal auch Dinge auf die Reihe bekommen. Und das ist schon krass, wenn man sich überlegt, ja, irgendwann wird es vorbei sein. Ich habe damit kein Problem, weil ich ja auch eine ganz starke Verbindung zu Verstorbenen habe. Ich hatte ja in meinem Podcast I Say It Like I Mean It mal eine Folge, die hieß Gespräche mit den Toten. Und die wurde, ich glaube, 150.000 Mal gehört, diese Folge. Die ist immer noch online, Gespräche mit den Toten. Und da habe ich erstmals darüber gesprochen, in meinem Freundes- und Familienkreis ist das jetzt nichts Neues, aber manche, die wissen es vielleicht immer noch nicht, dass ich in einer sehr, sehr guten Connection stehe zu verstorbenen Seelen. Ich bin ja sowieso ein esoterischer Mensch. Ich weiß so, nein. Moment, jetzt sagt sich Candy, okay, die Stunde ist fast rum, aber wir hängen nochmal eine Stunde dran. In welcher Wellenphase befinden wir uns gerade? Erklär mir das alles. Ich mache es, nein, ich mache es kurz. Ich bin ein esoterischer Mensch. Ich achte sehr aufs Universum und auf Energien. Und ich habe irgendwie in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, dass ich eine gute Connection zu Energien habe, die mit einem lebendigen Körper nicht mehr auf der Welt sind. Ich glaube, alles auf dieser Welt ist Energie. Alles, was lebt und alles, was nicht lebt. Und ich bin der Meinung, dass wenn der Körper stirbt, dann ist die Energie nicht weg von diesem Menschen, sondern die ist noch da. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder Mensch, wenn er sensibel genug ist, das irgendwie hören und verspüren kann. Ich kann dir zum Beispiel sagen, also ich packe jetzt hier wirklich aus, ich bin in guter Verbindung zu den Energien in meinem Schlafzimmer und auch hier im restlichen Haus. Hä? Ich habe in meinem Schlafzimmer Energien. Ich habe zum Beispiel... Naja, da hast du ein Aufladegerät, da hast du einen Wecker, das ist richtig. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, in meinem Schlafzimmer ist eine Energie von einem kleinen Jungen. Und der ist ganz platt. Ich glaube, der wurde überfahren. Und der ist von der Seite nämlich ganz, ganz flach. Und ich glaube, dass da jemand mit dem Auto drüber gerollt ist. Genauso wie der Mann mit dem Zylinder. Was? Ja, ich mache keinen Witz jetzt mehr. Nicolette, du killst mich gerade. Was ist da los? Warum erfahre ich das jetzt erst? Ja, damit hausiert man ja auch nicht. Nur in der Podcast-Folge, wo tausende, aber tausende zuhören. Wer ist der Mann mit dem Zylinder? Ich kann nicht mehr. Ja, in meinem Schlafzimmer, seitdem ich letztes Jahr an Covid erkrankt bin, war ein Mann mit Zylinder. Und der ist manchmal immer noch da. Ich erinnere mich, ich lag im Bett und meine Schlafzimmertür war ein Spalt auf. Ich mache zum Schlafen meine Schlafzimmertür immer zu. Kann ich euch nur empfehlen, weil ansonsten rennen die raus und rein. Und dann könnt ihr unruhig schlafen. Ich mache die Schlafzimmertür zu. Ich sage vorher immer, wer jetzt noch rein will, kann rein. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Ich rede mit denen. Und die Schlafzimmertür war ein Spalt auf, weil ich war krank. Ich hatte Fieber und konnte mich nicht bewegen. Und dann habe ich gesehen, wie er draußen im Flur immer reingelugt hat. Das war ja ein Fiebertraum. Der ist ja immer noch da. Und offensichtlich habe ich keinen Fieber mehr. Ich bin ja bei Trost. Seitdem hast du halt ein bisschen, ne? Nee, ich hatte das immer schon so. Ich hatte mal eine Folge auf TLC. Ich hatte ja meine eigene Show auf TLC. Und da hatte ich zum Beispiel die Ira Wolf zu Gast. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ira Wolf ist eines der bekanntesten Medien auf der Welt. Die ist dafür bekannt, dass sie mit Verstorbenen spricht, eine Heldseherin ist, dass sie einfach ein Medium ist. Die hat eine Gabe. Und mit der habe ich mich sehr, sehr lang und intensiv darüber unterhalten, auch verlaufender Kamera, dass ich zum Beispiel meine Großmutter, die vor 17 Jahren verstorben ist, vor 18 Jahren, sehr, sehr oft sehr deutlich noch wahrnehme. Und die zum Beispiel sehe ich nicht, sondern ich rieche sie. Ich rieche sie ganz stark manchmal. Also, um das mal abzukürzen, ich bin in guter Verbindung mit verstorbenen Seelen. Und das hat mir einfach gezeigt, dass der Tod nichts ist, was mir jetzt persönlich Angst macht, sondern ich weiß, mein Körper, der verrottet dann, der wird verbrannt, aber meine Energie, die wird immer noch da bleiben, und zwar an den Stellen, wo sie am meisten gebraucht wird. Ich glaube fest daran, dass Menschen von der Welt gehen, manche auch viel zu früh, weil man deren Kraft und Power woanders braucht. Und das geht im lebendigen Zustand nicht. Hast du noch nie so eine Erfahrung gemacht? Nee. Candy. Nee, habe ich nicht, aber ich bin auch gar keine Esoterik-Maus. Für mich ist das Hokus-Pokus, aber ich habe Dokus gesehen auf Netflix und Co. Und das knüpft an das an, was du sagst. Und ich fand das auch sehr überzeugend dargestellt damals von Kindern, die sich an ein ehemaliges Leben erinnern. Die sind zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre alt. Bevor sie zehn sind, haben sie das, dass sie von einem Leben erzählen, dass sie früher gelebt haben und sich an ihren eigenen Namen erinnern können aus dem alten Leben. Daran erinnern können, wer ihre Geschwister und Eltern waren. Daran erinnern können, wo die gelebt haben und wie sie gestorben sind. Und das wurde recherchiert und das hat sich alles bewahrheitet. Und das fand ich unglaublich scary, weil ich gedacht habe, wow. Also da gibt es ja komplette Uni-Forschungsarbeiten darüber. Und ich verstehe nicht, warum wir so wenig davon mitbekommen. Aber ja, für mich persönlich, ich selbst habe sowas nie miterlebt. Und ich bin auch, glaube ich, nicht sensibel genug für sowas oder auch nicht offen genug für sowas. Wie äußert sich das denn bei dir? Also wenn du sagst, dieser plattgefahrene Junge, wie kannst du das, wie nimmst du das wahr? Wie eine Silhouette. Wie eine Silhouette, wenn es dunkel ist. Aber es gibt auch noch andere Sachen, wo ich es manchmal merke. Als ich für London meinen Koffer gepackt habe, genau vor einer Woche, ich habe in meinem Ankleidezimmer Sommerhüte gestapelt. Und die stehen auf einer Kiste drauf. Und immer, ich habe immer das Gefühl, wenn ich meinen Koffer packe, dann sind die hier in Aufruhr, die Energien zu Hause, weil die traurig sind, dass ich weg bin. Und dann hat mir immer jemand diesen Stapel Hüte runtergeschmissen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das braucht ihr gar nicht machen hier. Ich finde das kacke von euch. Und dann haben sie auch aufgehört. Und zum Beispiel allen, die nicht daran glauben, also zum Beispiel dir, kann ich diesen Ratschlag geben, wenn du ins Bett gehst heute Abend, dann lass mal eine Hand aus dem Bett hängen und bitte darum, und ich meine das wirklich wortwörtlich, spreche es aus, bitte darum, dass jemand deine Hand nimmt. Und bitte da freundlich und respektvoll drum und sag, du würdest gerne eine haltende Hand spüren. Und ich verspreche dir, so wahr ich hier sitze, du wirst das spüren. Und zwar nicht nur, oh, ich rede mir hier irgendwas ein, du wirst es spüren. Und das, was es auf keinen Fall tut, ist dir Angst machen. Weil die Leute glauben immer, ach, wenn ich daran denke, dass hier Energien sind oder irgendwie so, das macht mir irgendwie Angst. Erstens, du bist Hausherrin und jemand, der das Hausherrin, der Hausherr oder Hausherrin ist, dem kann nichts passieren. Du hast Vorrecht vor allen anderen. Es geht nach deinen Regeln. Zweitens, negative und böse Energien sind selten dort, wo man selber ist, weil man selber ist ja ein guter Mensch. Negative Energien hängen immer an Orten, wo es richtig beschissen ist. Da haben die normalen Menschen nichts mit zu tun. Und der dritte Punkt ist, wenn du spürst, wenn du eine Energie spürst, wenn du sie fühlst, wenn du sie riechst, wenn du sie siehst, hast du niemals ein schlechtes Gefühl, sondern ein ganz behagliches, wohlwollendes Gefühl. Das ist immer so. Die Leute sind überrascht, wie wohltont das Gefühl ist, wenn man auf einmal eine Energie spürt. Die kommen immer im Guten. Die wollen nur was Gutes. Die kommen immer im Frieden. Alles, was negativ ist, findet ganz woanders statt. Und diese Sache mit der Hand aus dem Bett hängen, das macht es mal. Ich muss mittlerweile gar nichts mehr sagen. Wenn meine Hand aus dem Bett hängt, spüre ich irgendwann, wie die jemand nimmt. Und ich finde es immer schön. Natürlich, weil es anfängt zu kribbeln, weil es Blut in den Fingerspitzen ist. A knob. Believe me you. Try it out. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Wow. Also ich bin gerade schock, dass ich das jetzt erfahre von dir. Ja. Und deswegen unterhalten sich auch oft gerne Menschen mit mir. Also grundsätzlich über den Tod kann man ja nur sagen, wenn zum Beispiel jemand erzählt, ich habe meinen Mann verloren oder meine Frau verloren, ist es ja immer sehr spannend, mal zu schauen, wie Menschen darauf reagieren. Zum Beispiel bei First Dates gibt es ja auch Menschen, die sind verwitwert. Und dann sagen die zum Beispiel zu ihrem Date, ja, mein Mann ist gestorben vor zehn Jahren, meine Frau ist vor drei Jahren gestorben. Und es ist so interessant zu schauen, wie das Gegenüber dann reagiert. Die sind meistens super verlegen. Die wissen nicht, was sie sagen sollen. Die wissen gar nicht, was angebracht ist. Und ich finde das todtraurig, dass wir einfach nicht wissen, wie man zwei, drei nette Worte jemandem sagt. Einfach aus Aufmerksamkeitsgründen, der jemanden verloren hat. Und ich kann aber auch sagen, es tut mir unendlich leid. Ich kann auch manchmal fragen, möchtest du darüber reden oder schmerzt es dir zu sehr? Die Menschen sind so dankbar, wenn sie jemanden haben, wo sie auch mal über den Tod sprechen können. Das tut Leuten so gut. Aber da wären wir auch wieder beim Thema, wie sehr lassen Menschen Gefühle zu? Und es ist so krass, es gibt Leute, die verlieren jemanden und die können irgendwie nicht weinen oder können nicht trauern, weil sie in ihrem Leben nie gelernt haben, Gefühle zuzulassen. Ich kann das in meiner eigenen Familie feststellen. Ich zum Beispiel, ich habe eine gute Connection zu meinen Emotionen. Die andere Hälfte meiner engsten Familie hat es gar nicht. Und wenn dann da jemand stirbt, ist es so bemitleidenswert zu beobachten, wie Menschen das ganz schnell abtun oder kompensieren, obwohl wir hier von einem lebendigen, lebenden Menschen sprechen, der gegangen ist. Und vielleicht kann man die Menschen ja auch dazu einfach mal sensibilisieren, dass es absolut fein ist, über den Tod zu reden. Das ist Teil vom Leben. Hast du selbst Angst vorm Tod? Ich habe da Angst davor. Ich glaube einfach... Von dem Moment. Ja, aber ich glaube, dass wenn der Moment soweit ist, also es kann ja sein, dass ich morgen tot umfalle, dann kann es mir auch egal sein, weil ich habe es nicht gemerkt. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwann so krank werde, dass ich es wirklich als pure Erlösung sehe. Die dritte Variante wäre, ich bin irgendwann so alt, dass ich sage, ach, wenn ich jetzt gleich die Augen zumache und nicht mehr wach werde, ist auch okay. Ich glaube, dass es uns eher so geht. Ich glaube, der Fall, dass jemand mit der Pistole vor dir steht und du denkst dir, oh Gott, es kann sein, dass ich gleich sterbe, der, also um des Universums willen, passiert ja nicht. Ich denke, dass wenn es so weit ist, wenn wir meistens sehr, sehr alt und vielleicht auch krank sind, ist das für uns alle richtig fein, die Tatsache, weil wir auch irgendwann erschöpft sind vom Leben. Ja, glaube ich auch, aber ich habe halt tatsächlich, vor so einem Tod habe ich keine Angst, ich habe keine Angst vor dem natürlichen Tod, weil ich alt bin und so weiter, so wie meine Oma, die einfach umgefallen ist oder mein Opa, der dann halt jetzt an Alzheimer erkrankt ist und dann gestorben ist. Ich glaube, da, der Körper tut ja schon sein Bestes, dass, dass du da nicht so leidest, dann wahrscheinlich. Also, der schüttet dann ja allerlei Sachen aus, irgendwie, um diesen Prozess dann eben so zu machen. Und ich glaube, das gehört dazu. Ich habe aber tatsächlich Angst vor so einem unnatürlichen Tod, vor einem Unfall, vor erschossen werden, vor einem grausamen Tod, vor ertrinken oder sowas, weißt du? Das sind aus, ich habe Angst, aus dem Leben gerissen zu werden. So kann man das, glaube ich, gut beschreiben, weil ich glaube, das ist keine geile Erfahrung, da habe ich keinen Bock drauf. Nee. Aber da gehen wir jetzt auch mal nicht von aus. Mir macht eher der Gedanke Angst, wenn ich wüsste, meine Zeit ist limitiert. Also, wenn ich irgendwie eine Schicksalsdiagnose bekomme und wenn ich mich dann umdrehe und mir vorstelle, ach scheiße, jetzt habe ich aber leider gar nicht das gemacht, worauf ich Bock hätte. Das würde mir viel, viel mehr Angst machen. Aber, ich behaupte jetzt von mir auch, ich gestalte mein Leben ja schon relativ so, dass, also langweilig ist es nicht. Es wäre okay, wenn jetzt was passiert. Nö. Nee, okay nicht, aber ich hätte bis jetzt noch nichts bereut. Genau. Ich habe irgendwo ein Reel gesehen oder ein TikTok. Oh Gott, das ist auch immer peinlich, dass man immer Berichterstattung der TikToks gibt. Wir sind so Opfer. Da war, das ist ein Typ, der ist wohl auch so ein kleiner TikToker, der ist Krankenpfleger in einem Hospiz und der ist TikToker. Und manchmal macht er halt Videos, wie er Menschen in den Tod begleitet. Und dann stellt er manchmal einfach nur sein Handy auf und lässt es laufen. Und dann hat man ihn gesehen. Er saß neben dem Bett von einer sehr, sehr alten Dame. Und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, es kann sein, dass ich jetzt bald die Augen zu mache und nicht mehr wach werde. Das merken die, ne? Das merkt man. Ich glaube auch, dass man das merkt. Manche Menschen werden ja auch kurz bevor sie sterben noch mal richtig fit, obwohl sie super krank waren. Dann bekommen die noch mal so Lebensgeister. Und dann hat er gesagt, sie müssen sich keine Sorgen machen, ich gehe nicht vom Bett weg, sie sind nicht alleine. Und dann hat sie gesagt, ja, es gibt so viele Sachen, die ich gar nicht gemacht habe. Irgendwann waren die Kinder weg und dann war ich für den Mann da und ich bin irgendwie so traurig. Und ich sage dir, das ist ein Video, das lässt mich fürchten und das macht mich traurig, weil ich denke, nee, ich möchte nicht im Schaukelstuhl sitzen und merken, in den nächsten Stunden hört mein Herz auf zu schlagen. Und ich frage mich einfach nur, ach scheiße, ich habe irgendwie nur das gemacht und jenes gemacht und ich war nicht erfüllt. Und daran müssen wir einfach denken. Und jetzt sage ich dir noch was, aber ich möchte nicht, dass sich davon jemand irgendwie ungerecht ergriffen fühlt. Ich kenne Menschen, die sehr früh gestorben sind. Nicht viele. Also auch, ich habe vielleicht nur mal Wind davon bekommen. Menschen, die wirklich sehr, sehr früh in unserem Alter gestorben sind. Und manchmal habe ich so den Eindruck, also ich teile jetzt wirklich meine innersten Gedanken, dass das oft Leute waren, die sehr unglücklich waren. Ich kenne viele sehr, sehr unzufriedene, unglückliche junge Menschen, die früh krank geworden sind und dann gegangen sind. Und manchmal denke ich mir, ist das vielleicht so ein Zeichen für mich persönlich, dass ich es noch mehr auskosten sollte und noch mehr Energie spüren sollte. Das soll jetzt nicht heißen, dass alle Menschen, die früh gestorben sind, kein schönes Leben hatten. Damit würde ich sehr vielen Menschen Unrecht tun oder ich möchte auch niemanden verletzen, weil ich kenne auch tolle Menschen oder Menschen, die sehr, sehr happy waren, die früh gegangen sind. Aber die Message dahinter ist, glaube ich, einfach nur, ich möchte nicht da so liegen wie die alte Dame und denken, oh nein, jetzt bin ich 90 und ich sterbe gleich und ja, nichts ist passiert. Nee, das mag ich nicht. Ich habe auch vor kurzem auf irgendeinem Sender eine Doku gesehen über Sterbehilfe, über begleitetes Sterben in der Schweiz, denn in der Schweiz ist ja Euthanasie erlaubt und ich fand das auch sehr, sehr ergreifend und berührend zu sehen, dass Menschen, die eben unheilbar krank sind und auch im Endstadium und die keine Lust haben zu leiden und dass ihre Mitmenschen um sich herum mit ihnen mitleiden müssen in einem Prozess, der vielleicht auch länger dauern kann, dass man denen die Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden, ich gehe und wir haben ja die Mittel dazu, dass man schmerzfrei die Welt verlassen kann in Würde und ich finde es schade, dass man dazu ins Ausland muss. Ich finde, ich verstehe nicht, warum wir das in Deutschland nicht hinkriegen, selbstbestimmt in Würde mit Hilfe gehen zu können. Also ich verstehe natürlich, lädt das auch zu, zu Verbrechen ein und es ist vielleicht schwieriger, dann da Sachen trennen zu können, was ist ein Verbrechen und was nicht. Aber trotzdem, es gibt genug Sachen in Deutschland, die zum Verbrechen einladen, die trotzdem nicht verboten sind und ich finde, das wäre eine ganz wichtige Sache, an die wir uns mal ranbringen sollten, irgendwie sozusagen so, hey, wir sollten mal über aktive Sterbehilfe nachdenken, dass man das nicht legalisiert vielleicht. Wie stehst du da dazu? Also ich bin der Meinung, dass es die Möglichkeiten gibt, sowas auch genau zu prüfen. Ich glaube schon, dass wenn man einen genauen Prüfprozess hat, dass es da einen Weg gibt, dafür zu sorgen, dass sowas nicht missbraucht wird. Und es gibt ja wirklich Menschen, ich habe ja auch schon mal eine Reportage darüber gesehen, Menschen, die eindeutig sagen, mein Leben ist nicht mehr lebenswert und ich falle hier mir selber und anderen Menschen zur Last. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Was auch immer das ist, soll jeder für sich entscheiden. Da finde ich es einfach unsagbar, dass man den Leuten den Weg da so blockiert und denen das nicht möglich macht. Ja, ich glaube schon, dass wenn man sich mal mit dem Thema ernsthaft befassen würde, wenn die Regierung das machen würde, gäbe es durchaus die Möglichkeiten, das dem Ganzen einen genauen Prüfprozess zu geben. Und ja. Ein Beispiel, das ich da auch gesehen hatte und das fand ich ein sehr extremes Beispiel, das auch, da habe ich noch kein Fazit für mich unterbrechen können, das war eine Frau, die psychisch krank war, die einfach an sehr, sehr starken Depressionen gelitten hat und die für sich keinen Sinn mehr im Leben gesehen hat und gesagt hat, sie kann dieses Leben so nicht mehr führen mit diesen Depressionen. Es geht ihr so schlimm, dass sie den Weg der Euthanasie gegangen ist und das auch in der Schweiz angemacht hat und das war krass anzuschauen. Wenn du jemanden hast, der körperlich unheilbar krank ist und irgendwie schon überall Metastasen hat und keine Ahnung was, das kennen wir ja, da können wir das nachvollziehen. wenn es aber um psychische Gesundheit geht, die auch eventuell unheilbar krankbar ist, unheilbar ist, da, weiß nicht, ich wusste nicht, wie ich mich da fühlen soll. Ich habe gedacht, scheiße ey, also das ist doch was, wo man irgendwie dran arbeiten kann wahrscheinlich, denke ich, aber vielleicht ist es das dann auch nicht. Zumal so psychische Erkrankungen ja auch ganz oft dafür sorgen, dass du ja gar nicht mehr andere Perspektiven einnehmen kannst. Also grundsätzlich gibt es ja sehr viele psychische Erkrankungen, wo die Heilungschance unfassbar hoch ist, aber der Betroffene, der steckt halt so in einem Sumpf drin und sieht nur diesen Riesenberg vor lauter Kummer und Sorgen, dass der ja gar nicht sich bewusst darüber ist, dass es noch besser wird. Das kannst du vergleichen mit den ganzen Menschen, die suizidgefährdet sind oder vielleicht sogar Suizid begangen haben, um sich die Frage zu stellen, hätte man da nicht irgendwie entgegenwirken können oder das ist auch ein spannendes Thema. Bei Intimate Hours rede ich ja zum Beispiel auch immer darüber, dass, ich weiß nicht mehr genau, wie der Prozentsatz ist, aber irgendwie 2021 waren 73 Prozent aller Menschen, die sich selber das Leben genommen haben, Männer. Wenn du aber dir anschaust, wie viele Männer und Frauen in stationärer oder ambulanter Therapie sind, dann sind es gerade mal 24 Prozent. Also Männer suchen sich weniger Hilfe, wenn es ihnen psychisch nicht gut geht und nehmen sich deswegen vermehrt, weitaus vermehrt, mit über 70 Prozent des Lebens. Und die Frage ist immer, können wir ja nicht irgendwann das Stigmata zum Beispiel von Männern runternehmen, dass sie auch mal schwach sein dürfen, schwach in Anführungsstrichen, und auch mal sagen können, es geht mir nicht gut, ich brauche vielleicht psychische Hilfe, um dann vielleicht diesem Selbstmord vorzubeugen. Also das ist ja alles so ein Mischmasch aus Gesellschaft und wenn wir über Sterbehilfe sprechen, wann ist es denn berechtigt, dass ein Mensch sich das Leben nehmen darf? Ich bin der Meinung, dass wir psychische Erkrankungen auch mal langsam gleichsetzen sollten mit körperlichen Erkrankungen. Hat aber jetzt der Mensch, wo der Krebs gestreut hat, eher das Recht dazu, sein Leben zu beenden, als die Frau, die depressiv ist und sich sagt, ich kann aber nicht mehr, es hilft auch irgendwie nichts mehr. Da legen wir ja quasi eine Chemotherapie mit Psychotherapie auf die Goldwaage. Das eine greift und das andere nicht. Naja gut, aber es ist ja halt eben auch nur die Psyche, deswegen kriegt die nicht das Recht und jemand anderes, der kaum noch laufen kann, der darf. Ich verstehe also den Diskussionspunkt und wahrscheinlich bin ich nicht kompetent genug, mich damit auseinanderzusetzen, aber man sollte sich schon mal damit befassen, ja. Ja, krasses Thema. Sehr krass. Ich glaube, damit können wir jetzt einfach die Leute mal dazu einladen, selbst drüber nachzudenken. Denkt mal über den Tod nach und vielleicht auch gar nicht so grimmig, sondern wie eure Beerdigung, wie schön man die gestalten könnte. Ich glaube, das ist was, was ich vielleicht runterschreiben würde. Mein Opa hat zum Beispiel seine Beerdigung, der wusste, dass er nicht mehr lange hat und hat dann seine Beerdigung komplett selbst geplant, sodass meine Oma nicht mehr diese Last auf den Schultern hatte, sich trinkümmern zu müssen, sondern dass die einfach nur zum Standes, äh zum, wie sagt man, zum Beerdigungsinstitut musste und sagte, so, er ist jetzt weg, was ist jetzt der Plan? Ja. Was hat er hier geplant? Und war alles bezahlt? War alles geplant? Das fand ich eigentlich ganz gut. Auch ein wichtiger Punkt. Auch ein wichtiger Punkt. Die Beerdigung zu finanzieren, weil eine Beerdigung ist fucking teuer. Unfassbar teuer ist eine Beerdigung und Leuten zu hinterlassen, dass die deine Beerdigung finanzieren müssen, dass da irgendwie noch zusammengewürfelt werden muss, das würde ich nicht wollen. Also, da können ruhig mal draufgehen. Ich fand es auch krass, dass Beerdigungen überhaupt so teuer sind. Spinnen die Leute eigentlich? Was ist denn da los? Warum muss eine Beerdigung so teuer sein? Muss es nicht. Es gibt natürlich auch die sozialen Beerdigungen, das darf man nicht vergessen. Die anonymen dann? Ja, die sind halt anonym. Du darfst natürlich trotzdem gehen, aber dann kommst du wirklich in einen Schuhkarton und wirst, glaube ich, mit Ach und Krach verbrannt und dann, weiß ich nicht, kommst du auf den Kompost, irgendwie so nach dem Motto, das ist jetzt nichts Schönes. Und wenn man eine schöne Beerdigung haben möchte, dann, finde ich, sollte man das wirklich durchplanen. Meine Opa ist vor drei Jahren verstorben und ich kann das immer wieder nur sagen, diese Beerdigung, das war ein Graus. Das war wirklich ein Graus. Ich stand da in dieser Kapelle. Jetzt muss ich auch dazu sagen, das war eine katholische Beerdigung. Und was ich von der Kirche halte, lassen wir jetzt nicht mal zum Gesprächsthema werden. Aber das war für mich, also wirklich, ich wäre wieder auferstanden, wenn ich der wäre und hätte die da alle zusammengeschissen. Also so schon mal gar nicht, gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Warum? Was war da nicht so geil dran? Ich möchte jetzt nicht das Fass über Glauben aufmachen, weil das können wir gerne mal in einer separaten Folge besprechen. Aber die Art und Weise, wie Kirche den Tod sieht, schmeckt mir persönlich nicht. Ich möchte auch nicht, dass jedes zweite Wort Erlösung ist. Ich möchte auch nicht, dass beschissene Lieder abgesungen werden. Ich fand es einfach lieblos. Ich fand es verkrampft. Und dass der Klingelbeutel nicht noch rumgegangen ist bei der Beerdigung oder die Spendenbüchse da rumgegangen ist, das war auch noch alles. Das hätte mir nur noch gefehlt, dann wäre mir da der Kragen geplatzt. Lieblos, unpersönlich, uncharmant und todtraurig. Die Menschen waren trauriger nach der Beerdigung als vorher. Und das ist auch eine Sache, die stört mich so sehr. In unserer Kultur ist Beerdigung und der Tod immer etwas, was uns so am Boden zerstören lässt. Ich glaube, man kann eine Beerdigung den Umständen entsprechend auch immer noch nett gestalten. Man kann auch über die schönen Dinge sprechen, die ein Mensch gemacht hat. Man kann auch über die schönen Sachen sprechen, die danach kommen. Also wenn einer bei meiner Beerdigung nur über meinen Verlust sprechen würde und nicht über die schönen Dinge, die ich im Leben getan habe oder mal ein geiles Lied spielt oder Leute sich mal geil anziehen, ist die gleiche Scheiße mit, dass alle schwarz tragen. Ich wünsche mir für meine Beerdigung, das habe ich mir schon so oft gedacht, ich wünsche mir, dass da auf der Trauerfeier getanzt wird. Da soll es Disco-Kugeln geben. Es wird die schwulste Britney Spears-Playlist gespielt. Ganz ehrlich. Nee, ich wünsche mir das wirklich. Und ich habe keinen Bock, weil das spiegelt ja auch nicht mein Leben wider, weißt du. Ich verstehe, dass meinen Leuten um mich herum eine gewisse Art zu trauern irgendwie gegeben werden muss. Aber das können die in ihren scheiß eigenen vier Wänden machen. Richtig. Ich will nicht, ich will nicht, ich möchte, dass meine ganzen Freundinnen, die müssen alle in Drag kommen, weil so kennen wir uns, so lieben wir einander, die sollen alle in Drag kommen, die sollen glitzern und die sollen Glamour über alles haben. Ich wünsche mir das. Ich will nicht, dass die einfach nur als Jungs im Schwarzen Anzug kommen. Wie furchtbar. Nee. Wir kommen alle nackt zur Welt and the rest is Drag. Ganz genau. In diesem Sinne. Viel Spaß noch. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch ein schönes Leben. Ich wünsche dir ein schönes, veganes Leben. Bye. Als Nichtraucherin. Ciao.